Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Dragonfly, in der Version 10.0.2. Wir sind in Teil Drassos auf den Dracheninseln, ein wenig südlich von Waldracken, bei grüem Pech, Chefgärtner. Wir nehmen hier die Quest Elementarextrakt jetzt an, sammelt wässrige Essenzen in den Gärten. 28 Gold, 100 Uf, und dann machen wir uns mal auf den Weg und sammeln mal 5 wässrige Essenzen. So, hier sind sie schon, ich sehe sie doch schon. So, nehmen wir den hier zuerst. Ja, da hat wohl dann nicht jeder eins dabei. Erster Essen. Ja, zweiter Essen. Okay, noch drei, ja. Oh, den da schwitzt man. Na, stellt euch vor, das hat dann Fock, 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 Fock. Ein bodelndes Rüppter. Eieieiei. Guck mal, ich kann mal hier noch gehen. Und seine kleine Fahr. Und wir müssen mal heilen. Weil ich auch nicht so fiss. So, gut. Drei von fünf, also zwei fehlen noch. Eine noch. Dann nehmen wir mal die beiden hier. Dann vielleicht adden wir auch den noch. Ja, wie kommt der jetzt noch verdienen? Ja, cool. Das ist komisch. Und. Nichts drin, dann nehmen wir den hier noch. So, und. Auch nichts. Dann nochmal hier. Und dann nehmen wir den jetzt. Den brodelnden Rüppter. Und. Ja. Da war der letzte drin. Der letzte Tropfen. Und dann begeben wir uns zurück. Zu unserem Gürnpech. Und geben die Quest Elementarextrakt ab. So, zack. 28 Gold. 100 Ruf. Super. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne bei meinem. Twitch Kanal vorbei. Es verlinkt hier im YouTube Kanal. Ansonsten. Das doch gerne ein Like. Und ein Abo da. Und. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. E. 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 E.